Gassel Watson Jörg 걱정이 Äh, Leute! Hi! Ihr braucht euch nicht im Gras verstecken, ich seh euch! So! Hallo! Und herzlich willkommen! Zu einem neuen Part von Minecraft Survival old Und Und, ähm, ja. Wir sind hier in einer neuen Version. Ihr seht es oben schon. Wir sind jetzt in der Alpha 0.17.0.2 oder so. Und, ähm, ja. Ähm, ja, lass mal gucken, was wir heute machen. Ähm, ich glaube, ja, ich sollte vielleicht meinen Helm aufsetzen. Ich glaube, heute gucken wir mal ein bisschen, dass, äh, ist das Gras eigentlich hier gewachsen? Oh, ja, schön. Also, ich bin echt zufrieden mit dem Raum. Ich weiß ja nicht, ob ihr das seid. Ihr dürft ja mir auch gerne Verbesserungsverschläge schreiben. Da bauen wir vielleicht noch einen Stuhl hin. Mal gucken, wie sieht das hier aus? Ah, nicht so hübsch mit dem Stein. Wenn wir noch viel Dirt haben, dann können wir das mal kurz flicken. Ansonsten ist das eigentlich auch schon egal. Aber, äh, voll cool. In dieser neuen Version wird angezeigt, äh, wie viel FPS man hat. Das war, glaube ich, vorher nicht so. Außerdem gibt es einige neue Blöcke. Wahrscheinlich werde ich wieder demnächst eine neue Folge Minecraft kreativ bringen. Vielleicht auch heute schon. Mal gucken. Und, äh, ja, da habe ich schon ein bisschen was aufgebaut in der Welt. Ja. Leute, wir machen jetzt einen mega riskanten Sprung. So. Was habt ihr jetzt gedacht, wie ich springe? Also, so. Ah. Und falls es noch ein bisschen leckt, das ist halt wieder erst in der Alpha. Wie man hier sieht. Oder in der Beta. Keine Ahnung. Alpha, Beta. Alpha, Beta, Gamma. Keine Ahnung. Okay, ich mülle euch nicht mit Mathe zu. Ich hasse Mathe. Ähm, hier, äh, haben wir halt, nee, das ist nicht die Müllkiste. Die Müllkiste ist hier. Haben wir dann noch, äh, ja, wir haben dort aber nur elf. Das reicht nicht, um das zu flicken. Dann würde ich sagen, ähm, wir haben noch ein bisschen Quarz. Wir könnten uns eigentlich ein Klo bauen. Wir können uns dann später auch noch ein Bad bauen, vielleicht. Aber erst mal baue ich mir nur ein Klo. Ah. Nicht hier. Ich, ich will hier. In die mittlere Größe will ich reinschauen. Da haben wir doch bestimmt noch Stein. Nein, haben wir nicht. Haben wir dann Stein im Ofen? Ah, immer so viel Arbeit hier. Immer so viel Aufwand. Ähm, hier, also, wow, hier haben wir einfach gar nichts. Ja, gut, da könnten wir ein paar Kartoffeln reinlegen für den lieben Günther. Ne, Günther? Du bist ein, äh, Liebeschaf. Ne, Günther, ja, der Günther. Und du, Mona, was machst du? Aha, du machst muh, okay. Hier, Günther, ich, äh, du kriegst ne Kartoffel. So, dein Kartoffelwerfer. Und dann, Mona, geh mal kurz aus dem Weg. Danke. So, bitteschön, Günther, hast du ne schöne Kartoffel? Die kannst du dann, äh, schön essen. Und so. Ja. Ah, nicht die Kiste. Ich guck immer auf die falsche Kiste. Ah. So. Zwei brauchen wir, glaub, für ne Druckplatte. Aber zwei Steine und nicht zwei, äh, Dings. Mö. Mö. Alter. Was ist denn das wieder hier? Jetzt hab ich kein Brennsteuer. Ja, gut, die, so. Ich verbrenne jetzt einfach mein. Toll, das geht nicht. Mist. Dann nehmen wir hier bisschen Holz. So, hier, die Slabs, die brauchen wir nicht mehr. Die Stufen. Für was haben wir die Stufen überhaupt gebraucht, weiß ich gar nicht mehr. So. Und jetzt möchte ich bitte zwei Steine haben. Brenn jetzt. So. Dann können wir uns hier irgendwie, oder wir bauen uns einen Extraräum. Wir könnten eigentlich den Raum hier nehmen, hier. Der, wo hier ist. Als, äh, Toilettenraum, Dings, bla. Soll ich dann hier wieder ne Treppe hinbauen? Ich glaub, aber ich baue die Treppe diesmal hier hin. Dass es nicht so stört, dass es nicht hier irgendwie so ist. Und dann laufen wir gegen die Treppe und stolpern und knallen hier voll gegen den Ofen. Wär nicht so toll. So. Ah, ich, mein Crafting Table will ich. So. So, äh. Dann Quarztreppe. Was brauchte ich noch? Die eine Steinziegeltreppe. Dann bauen wir uns ein schönes Bad. Das können wir ja dann immer noch mit, äh, also richtig mit Quarz füllen. Also mit, dass die Wände und so aus Quarz sind. Aber vorerst mal lassen wir das bei diesem Steinlook, Steinziegellook, äh, keine Ahnung. So. Ja, es passt. Dann können wir hier eventuell noch ne Tür hinsetzen. Und hier legen wir, oder machen wir das Klo auf jeden Fall hin. Ah. Nein, so möchte ich das nicht unbedingt. Ah. So, genau. Und so. Und dann können wir hier so machen. Äh, ja. Dann haben wir hier ein schönes Klo. Aber die Decke sollte höher sein. Ne. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir setzen das eins runter. Wir füllen den Boden dann hier mit den Steinziegeln. Dann haben wir mehr Platz hier. Dann haben wir eine höhere Decke. Das ist doch wunderschön. Oh ja, hier ist noch der Durchgang. Äh. So. Ich hoffe, die Blöcke reichen jetzt. So. Genau. Aber ich glaube, die Blöcke reichen nicht. Die Steinziegelblöcke. So. Ah. Aber das kann ich ja dann offscreen machen. Oder, Leute? Oder ich weiß nicht. Ich denke, ich mache das dann offscreen. Es sei denn, haben wir noch irgendwie Steinziegel? Ja, egal. Ich baue jetzt erstmal kurz das Klo. Ah, nicht so. Aber das ist zu hoch. Ja, egal jetzt. So. Ah. Mischt. Sitzt das jetzt? Nein, das sitzt immer noch nicht richtig. Ah. Mist. Schon wieder nicht. Ich kann das nicht. Wie muss ich? So. So passt das. Genau so. Äh. Nein, nicht so rum. Boah. Sag mal, bin ich so bescheuert? Oder ist das wirklich so bescheuert? Ich glaube, ich bin so bescheuert. So. Und dann können wir hier so eine Druckplatte drauflegen. Dann haben wir hier so ein schönes Klo. Wir könnten noch ein Knopf hin machen. Aber Sekunde. Ich grabe das schon mal weg hier. So. Ah. Genau. Und dann muss ich, äh, dann ersetze ich das hier. Durch diese Steinziegel. Oh, da ist der Weg hier. Es könnte eventuell die Tür hier weg. Nee, halt, das ist eine Eisentür. Ah. So. Und so. Ah. Hallo. Ich hab das eigentlich hingeguckt. An die richtige Stelle. Aber egal. Sorry, dass es heute wieder so eine Baufolge ist. So, das ersetze ich dann hier durch Steinziegel. Ist es Nacht? Ja. Wir sollten schlafen gehen. Oh, der Aufstehenknopf ist auch anders. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Oder? Ja, der ist anders. Ah. Dann können wir das hier wieder reinsetzen. Hallo. So, genau. Die Treppe brauchen wir auch nicht mehr. Äh, Steinziegel haben wir nicht mehr. Dann brenne ich gleich mal meine, äh, meine Steine. Dass die zu, äh, Dings werden. Ah. So. Wow. Die Kartoffeln sollten wir eventuell auch noch rausnehmen. 30 Ofenkartoffeln. Ah, Günther. Ist das nicht toll? Oh, Günther hat seine Kartoffeln schon gegessen. Braver, Günther. Futter. Ja, ich weiß, es ist nicht so lustig. Aber mir egal, Günther. Mach mich nicht beleidigt. Ah, ich will nicht mein Haus angeln. Ah. Aber angeln könnten wir eventuell. So. Wir haben doch diesen Fluss hier. Und stimmt, wir haben sogar einen Angelplatz gebaut. Den habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Aua. Ich bin hingefallen. Äh, Handy. Handy. Wäre cool, wenn du jetzt nicht mega, äh, abdrehen würdest, was Nachrichten an die. So. Fisch, komm her. What the fish? Äh, wieso blubbert das so? Das ist, glaub ich, nicht gesund, wenn das so blubbert. Oder? Keine Ahnung. Ich war schon ewig nicht mehr angeln. Ähm. Fisch. Ich will einen Fisch. Hallo? Fisch? Gut, dann halt nicht. Mö. Also echt hier. Ähm. Ja. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Ne. Oh. Die Zuckerrohrstangen sehen jetzt auch wieder anders aus. Cool. Ich glaube, wir machen ein bisschen Zuckerrohr nicht was. Wow. Ich bin da eigentlich nicht drauf gesprungen. Äh. Ich will da eigentlich... Oh, Melonen. Lecker. Hm. Oh, herrlich. Ähm. Wieso sind da so Rillen jetzt im Wasser? Die Rillen hier so? Keine Ahnung. Aber egal. Dann würde ich sagen... Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns auch schon das nächste Mal wieder. Dann danke ich fürs Zuschauen. Und äh... Tschüss. Tschüss.